so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ask probabe folge mein name ist janine und heute habe ich mir wieder fragen rausgesucht die ihr uns über unseren instagram account probabe stellen könnt und ich würde sagen wir fangen direkt an die erste frage war tipps zum besseren einschlafen und ich glaube mittlerweile sollten wir alle wissen wie wichtig guter unterholsamer schlaf ist und deshalb dachte ich ich teile heute einfach mal so meine tipps die mir persönlich helfen beim einschlafen und tipp nummer eins mit dem ich selber sehr schwer zu kämpfen habe ist kein koffein mehr vor dem schlafen gehen also selbst sechs stunden nach dem trinken eines koffeinhaltigen getränkes egal ob kaffee oder cola oder irgendeinen energy drink ist die hälfte davon noch in unserem körper aktiv und kann somit halt eben den schlafrhythmus stören deswegen lieber auf koffeinhaltige getränke abends verzichten dann ein weiterer tipp ist spazieren gehen beziehungsweise einfach an die frische luft und vor allem an die sonne raus weil unser gehirn benutzt das sonnenlicht als hinweise auf unsere innere uhr und die innere uhr die tut unseren zyklus des wachseins und des schlafens gehen steuern und das melatonin also was die schläfrigkeit beeinflusst dieses hormon das wird tagsüber unterdrückt und abends beziehungsweise nachts ausgeschüttet und deswegen empfehlen wir immer das reichen schon 30 minuten spazieren gehen an der sonne damit man ein bisschen tageslicht abkriegt somit weiß dann das gehirn wieder wann es wach sein soll und wann es praktisch wieder runter kommen soll und da wären wir auch beim nächsten thema blaufilter am abend heißt keine handys keine bildschirme kein netflix angel abends weil alle bildschirme so ein blaulicht drin haben und das vermittelt unserem gehirn genau gleich wie das sonnenlicht dass es praktisch wach sein soll und das stört den schlafrhythmus auch extrem und es gibt spezielle night shifts am handy also so ein abend modus welches das blaue licht kompensiert und deshalb solltet ihr das abends unbedingt immer einstellen falls ihr sowas am handy oder am laptop oder wie auch immer habt es gibt auch noch die möglichkeit eine blaufilter brille zu tragen da kann man es auch ein bisschen kompensieren ansonsten einfach mal abends so eine stunde vorm zu bett gehen einfach mal das handy weglegen den bildschirm auslassen den fernseher auslassen vielleicht noch eine runde spazieren gehen oder einfach mit dem mit dem partner mal sich hinsetzen und reden oder noch ein buch lesen und da kommt ihr auf jeden fall besser in den schlaf wie wenn ihr euch noch abends im bett liegen mit instagram scrollen beschäftigt auch wenn es schwer fällt ja dann ein weiterer tipp wenn ihr schon im bett liegt ist auf jeden fall noch lüften einfach das frische luft reinkommt und vor allem dass es nicht zu warm in eurem zimmer ist weil eine zu hohe raumtemperatur beeinflusst auch den schlaf extrem deswegen einfach mal so zehn minuten noch durchlüften oder sogar mit gekippten fensterschlafen kann auch helfen außerdem was auch hilft es immer zur gleichen zeit ins bett zu gehen und zur gleichen zeit wieder aufzustehen das ist extrem schwierig ich weiß es fällt mir persönlich auch sehr schwer aber es gibt auch so erinnerungen die man am handy einstellen kann dass jetzt die schlafenszeit ist und da wird es ja sowieso immer in der hand haben kann sowas ganz schön helfen dass ihr da in so einen rhythmus reinkommt dass euer körper schon weiß okay um die und die uhrzeit jetzt werde ich müde jetzt gehen wir noch mal normalerweise ins bett also schaut dass ihr so einen schlafrhythmus rein bekommt dann natürlich was auf jeden fall immer helfen kann ist sich selbst zu verausgaben beim sport klar ist es cool wenn ihr spazieren geht und so weiter aber wir kennen das auch noch so von kleinen kindern wenn die den ganzen tag rumrennen und sich da extrem verausgaben sind die danach einfach todmüde und so ist es halt auch wenn ihr zum beispiel krafttraining macht und euch da so richtig verausgabt dann ist euer körper einfach so müde dass es euch auch auf jeden fall beim einschlafen helfen kann ja das wären mal meine tipps zum einschlafen ich hoffe ihr konntet daraus irgendwas mitnehmen so was hatten wir denn noch für eine frage wie weiß ich wann mein körper einen rest day braucht ja auch ein ganz wichtiges thema wieder schlaf wenn mangel der regeneration kann dich daran hindern voranzukommen oder ihr könnt sogar deswegen rückschritte machen deswegen empfehlen wir immer also kommt natürlich darauf an wie viel wie euer trainings pensum ist also wie häufig ihr überhaupt ins training geht in der woche aber wenn ihr schon regelmäßig so vier fünf sechs mal die woche geht dann auf jeden fall minimum ein rest day eher empfehlenswert zwei rest days zu machen weil natürlich während dem training sollte das ziel darin bestehen dich dich progressiv zu steigern heißt natürlich immer mehr machen als die beim letzten training euch da zu steigern und das verursacht natürlich mikroschäden an eure muskulatur an eurem an euren muskeln fasern mensch auf jeden fall um die diese halt wieder zu reparieren braucht euer körper unbedingt genügend zeit und erholung und deswegen müsst ihr euch den dem körper das dann auch geben wenn ihr also auch einen starken muskelkater habt das kann auch ein anzeichen dafür sein dass ihr einfach ein rest day braucht und eine pause machen müsst weil muskelkater bedeutet nicht dass euer training jetzt besonders gut war sondern wie gesagt es sind immer risse an euren muskelfasern und die müssen muss euer körper aus wieder regenerieren oder wenn ihr merkt dass ihr extrem müde seid die ganze zeit und ihr euch ausgelaugt fühlt oder ihr allgemein keine fortschritte immer im training macht und ja das sind so hinweise die euer körper euch sendet dass ihr vielleicht eine pause machen solltet und dann gönnt euch auch wirklich diese pause denn wie gesagt da viel hilft dann nicht viel wenn ihr da jeden tag ins training geht und euch so überaus gab könnt ihr dann eher rückschritte machen und dann nehmt euch mal einen tag pause macht irgendwas schönes ihr könnt ja trotzdem irgendwie eine runde spazieren geht oder gehen oder trotzdem aktiv sein nur halt dieses extrem den körper belasten solltet ihr dann einfach mal sein lassen so was haben wir denn noch kann man auch mit homeworkouts abnehmen prinzipiell ja ihr könnt ihr nehmt wichtig ist dass ihr versteht ihr könnt immer abnehmen sobald ihr in einem kaloriendefizit seid und da ist es so erstmal egal ob ihr das mit einem homeworkout macht oder mit krafttraining oder mit fußball oder mit tanzen oder welches sport auch auch immer es ist einfach nur wichtig dass ihr euch in einem kaloriendefizit befindet wenn euer ziel einfach nur abnehmen ist dann könnt ihr natürlich das mit homeworkouts machen falls aber euer ziel ist euer körper straff zu bekommen und ihr so ein bisschen muskeln aufbaut weil diesen straffen look machen eben muskeln am körper da müsst ihr auch keine angst haben dass ihr zu halb mutiert oder dass ja ihr aussieht wie arnold schwarzenegger das passiert natürlich nicht da müsst ihr euch keine sorgen machen aber muskeln werden euch einfach helfen so ein bisschen straffer auszusehen und da kommt ihr halt mit homeworkouts nur begrenzt hin weil wie schafft ihr einen muskelaufbau wie schafft die progression indem ihr halt euren muskel reizt mit gewicht und klar ihr könnt euch irgendwelche handeln kaufen und so aber irgendwann ist halt dieses pensum praktisch erreicht was ihr an homeworkouts machen könnt und dann empfiehlt es sich schon eher ins fitnessstudio zu gehen und da krafttraining zu betreiben aber prinzipiell könnt ihr natürlich auf jeden fall homeworkouts machen vor allem wenn ihr ein kind habt wenn ihr allgemein wenig zeit habt noch ins fitnessstudio zu gehen dann ist es natürlich besser dass ihr sowas macht wie wenn ihr gar nichts macht aber wie gesagt da ist halt die möglichkeit jetzt wirklich viel muskel aufzubauen eher gering weil irgendwann gewöhnt sich euer körper einfach an das gleiche gewicht das ihr immer benutzt und dann muss eine steigerung kommen und entweder ihr kauft euch dann größere handeln und ihr habt irgendwann mal so einen ganzen freihandel bereich daheim was natürlich super schön ist und sehr praktisch sein kann aber ja wie gesagt da empfiehlt sich dann schon irgendwann mal ins fitnessstudio zu gehen oder halt einfach die gewichte zu erhöhen ja ich würde mal sagen ich glaube das war es jetzt erst mal ich wünsche euch auf jeden fall einen wunderschönen resttag wann immer ihr das hört oder einen schönen abend guten morgen was auch immer und ich hoffe ich konnte ein paar fragen von euch beantworten falls ihr natürlich auch fragen habt zum thema training ernährung sport wie auch immer dann könnt ihr uns jederzeit fragen stellen über unseren instagram account und dann werden wir die natürlich für euch beantworten wir würden uns natürlich auch freuen über eine positive bewertung und ja das war's von mir danke fürs zuhören und bis zum nächsten mal